Nein, ich habe gerade nicht gestoppt, weil ich irgendwie ausgerastet wäre oder so, sondern weil ich kurz gerustet habe und dementsprechend kurz mein Mikro bemühtet habe und, ja, wie gesagt, gerustet. So, ich glaube, jetzt wird es aber gleich Nacht. Es wirkt, als wäre die Sonne irgendwo da. Okay, so viele Treppen brauchen wir nicht mehr. Da wollte ich eigentlich nicht hin, sondern hier. Da da noch eine Treppe lag. Ja, 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 ja. Oh, die Fackel hier kann auch weg. Das ist noch ein Überbleibsel. Wir machen mal die Hälfte. Das war wieder. Der war wieder zu weit vorne. So. 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 Das würde bedeuten, hier auch wieder hier und dann Slap. Geht das überhaupt? Verschiedene Slaps miteinander kombinieren? Das müssten wir tatsächlich erst mal testen, ob das geht. Ansonsten wäre das jetzt auch nicht so tragisch, wenn da wieder der Dingenslap hinkommt. Müssen wir mal eben kurz gucken, ob das geht. Ich glaube nämlich nicht, ja. Das habe ich mir schon fast gedacht. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn wir das so machen würden. So. Hä? Das war doch eigentlich woanders gedacht. So. Oh, es nervt. Ohne Witz. Also, manchmal ist es echt ätzend mit der Maus. Bäh, mit der Maus. So. Ohne Witz. So stelle ich mir das ungefähr vor, weil dann können wir da noch mal eine Etage machen tatsächlich. Oh, wir werden noch so oft in den Never gehen müssen, ne? Also, aber vielleicht mache ich die nächste Tour tatsächlich, dass wir halt ein bisschen länger machen und dafür halt irgendwie im Stream. Ich glaube, das wäre tatsächlich eine Idee, weil wir brauchen definitiv noch vier. Weil, äh, ach so, ich fährt es der. So, da werden wir noch viel brauchen, alleine hier für den Boden und alles drum und dran, ne? So, wenn ich mich jetzt nämlich nicht täusche, eigentlich können wir das hier erst mal abbauen. Es reicht ja, wenn wir eins jetzt noch haben zum Hochkommen. So. Ach so, warte, da oben haben wir da irgendwo noch einen Erdklumpen, der muss auch weg. Den brauchen wir auch nicht mehr. Oh. Wo ging es hier runter? Hier. Hier. Es regnet. So. Den Rest haben wir da oben irgendwie verloren. So. Das können wir nämlich hier... Wenn ich jetzt nämlich richtig liege. Yes. Perfekt. Dann haben wir hier nämlich auch nicht das Problem mit dem Bauen. Sehr, sehr gut. Und hier könnte man tatsächlich Lichter unter den Fenstern anbringen. Dann sieht man das nachts auch. Das ist sehr gut. Das ist alles gar nicht mal so scheiße. So, jetzt will ich aber mal sehen, wie das Dach aus der Ferne wirkt. Ja. Da müssen wir irgendwie noch gucken, wie wir das irgendwie optimieren. Vielleicht könnte man das Dach da tatsächlich noch ein bisschen kürzen. Oder wir machen da halt mit Glas irgendwie. Ich denke, da werden wir auf jeden Fall noch irgendwie was machen, weil so sieht das momentan noch nicht so toll aus. Aber da kriegen wir schon was hin. Ach so, das ist hier ein Slap, deswegen geht's nicht. Okay. Na, dass wir hier irgendwie noch eine Glaswand reinziehen. Oder ich hab vielleicht noch eine andere Idee. Ich hab da vielleicht noch eine Idee. Uhhh. Uh. 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 Um. Um. Es wird schon wieder Nacht. Es ist doch unfassbar, da muss noch eins drauf. Und so. 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 noch mal schauen vielleicht werden es wieder halbe stunden folgen dieses mal könnte ich mir auch vorstellen nein das wollte ich nicht man kann es auch übertreiben mit lichtern ich glaube hier mache ich die nicht dran sondern dann wieder hier wie es sich gehört hier kommt so ein ding hin aber ich weiß was man hier dazwischen noch setzen könnte ich habe hier vielleicht nicht die machen das hier ein bisschen anders und zwar so und 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 Ja, wir lassen uns da jetzt erst... Alter, ich hasse diese Maul. Das ist so kacke, echt. So. Ich meine, jetzt kann man ja immer noch sagen, dass man hier jeweils ne Fackel, äh, ne Dingensran macht. Aber die Idee ist jetzt, warte... So viele brauchen wir jetzt nicht mitnehmen, aber... ja. So. Huuuuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Ich bin mir nicht sicher, ob das gut aussieht. Wie ist das denn, wenn wir... Wie macht man denn diese Metallgitter? Da fällt mir ein, bevor wir dann wieder hochgehen. So, ähm... Ich denke, das müsste reichen. Das Ding ist nur, ich weiß nicht, wie die dann aussehen. Ah ja... Müssen wir einfach mal ausprobieren. Kann ich ja mal hier austesten. Das ist fast noch ein bisschen besser, ne? Ist aber dünn. Sehr dünn. Gut, da könnten wir auch Glas nehmen. Das kommt auf selbe raus. Ich mach jetzt einfach mal hier seitlich. Oh, das darf doch nicht wahr sein! Seitlich die und hier lassen wir mal das Holz. Weil man ein bisschen besser durchgucken kann. Ich bin noch unsicher. Ich lass es mal so, aber ich könnte mir vorstellen, dass es nicht so bleibt. Nur mal testweise. Ah, okay. Ich mein, da könnten wir halt hier auch tatsächlich Glas hinmachen, damit es hier wieder passt. Ich hab kurz überlegt, das Glas zu ersetzen durch die Gitter. Aber ich glaub, das sieht kacke aus. Ich glaub, da bin ich dann doch eher für das Glas als für die Gitter. Die Gitter passen mehr irgendwie für den Keller oder sowas. Nein! Es war doch nur noch eins. Sowas ist deprimierend. Ich sehe es schon kommen, wenn wir weiterhin so verschwenderisch sind, werden wir relativ bald... Okay, wenn wir eh schon hier sind. ...wenn wir relativ bald wieder auf Diamantensuche gehen müssen. Gut. 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 Jetzt würde ich auch... ...das Ganze hier mit Glas machen. Ich glaube, das passt mehr zum Grundbauwerk. Und wir sollten vielleicht sogar diese Elemente tauschen. Außer da, wo die Fackeln sind. Ich sage jetzt trotzdem Fackeln, auch wenn es keine Fackeln sind. Wir machen da dann Zement hin. Boah, ich habe so ein Chaos in meinem Inventar gerade, das ist unfassbar. Nein, hier wollte ich hoch. Los! Bis zum. Bis zum. Ich bin nicht sicher. Ja, im Grunde muss man die auch wegmachen. Ich bin nicht sicher.